Willkommen zurück, Freunde, im wunderbaren Mafia 1. Es geht weiter mit der Story. Und ja, ich bin gespannt. Also die letzten paar Teile, die waren jetzt geil. Crème de la Crème. Nach Sergios Tod herrschte wochenlang Chaos. Unsere Jungs gegen ihre. Und Morello war untergetaucht. Aber ein Boss kann sich nicht ewig verstecken. Damit ein Don gefürchtet wird, muss er sich sehen lassen. Schließlich hörten wir, dass er sich zeigen würde. Morello will uns provozieren? So tun, als wären wir nicht im Krieg? Wir werden uns ihm stellen. So kriegen wir ihn. Wir warten vor dem Theater. Bis zum Ende der Show. All die reichen Arschlöcher werden rauskommen. Und dann schnappen wir uns Morello. Aus der Menge. Bevor sie uns kommen sehen. Das Theater wird voll sein. Möglicherweise wird sogar der Bürgermeister da sein. Oder der Polizeipräsident. Genau darum geht's, Tom. Wir töten ihn in der Öffentlichkeit. So dass es die feinen Pinkel sehen. Dann wissen sie, wer der Chef ist. Ganz egal, ob man eine Marke, eine Robo oder ein fettes Bündel Geld in der Tasche hat. Der Salieri in die Quere kommt. Ist tot. Okay, Boss. Ein Boot. Wir erledigen das. Nehmt die Maschinengewehre. Aber seid euch sicher, dass ihr vor dem Theater keine Aufmerksamkeit auf euch zieht. Haltet die Knarren versteckt. Bis ihr Morello seht. Und dann durchsiebt ihr ihn. Der weiße Anzug soll aussehen, als wäre er mit Rosen bedeckt. Verstanden? Klar, Boss. Verstanden, Boss. Was ist das denn für ein Schlitten? Rück aufs Gas, Tom. Unglaublich, dass wir nach all den Jahren endlich Morello aufs Korn nehmen. Nicht seine Leute oder Familie. Endlich ist er selber dran. Damit schließen wir ein langes Kapitel ab. Und wenn er weg ist? Sind wir die Könige. Nein, ich meine, was ist mit dem Dorn? Werden ihm die Tränen kommen? Er wird einen hübschen, neuen, weißen Anzug tragen. Da bin ich mal gespannt. Wenn das in die Hose geht, wie dann er weitergeht. Alles klar, Jungs? Ja. Ich schwitz nur wie verrückt. Siehst übel aus. Wir sind fast da. Zähne zusammenbeißen. Wenn wir Morello sehen. Alle auf ihn. Nur auf ihn. Wenn er erledigt ist, bricht Panik aus. Wir tun's wirklich. Wie lange kämpft er schon gegen den Boss? Zehn Jahre? Länger. Macht der weiße Anzug ihn zu einem leichteren Ziel? Die haben wahrscheinlich alle weißen Anzüge. Ich sehe ihn. Heiz ihm ein. Ach, da ist er. Du hast gerade gezaunt. Sonst macht der Dorn uns fertig. Wenn ich dran bin, schießt auf die Autos um ihn herum. Die müssen wir zuerst ausschalten. Alles klar. Na, die Bullen. Jetzt nervt die Hörner. Was ist denn hier los? Setzt sie aus, wenn ihr könnt. Aber wir sind wegen Morello hier. Wir fahren über die richtige Straße. Das ist ein Mist. Wenn wir sie verlieren, taucht er Monate unter. Oder länger. Er darf nicht entkommen. Er könnte überall hin verschwinden. Wenn du ihn wischst, verkriecht er sich vielleicht in einem anderen Staat. Wir müssen ihn heute schnappen. Das ist ein Mandos. Das ist ein Mandos. alle Leute dran und dann er selbst! Er will uns wohl in den Gasten abschütteln. Niemand kennt diese Stadt besser als ich, keine Sorge. Naja, bist ja sicher. Das wird ganz schön eng. Morello hat nen guten Fahrer, aber er ist nichts gegen dich, Tom. Das ist ein gutes Gefühl, dann machen wir ihn kurz zu töten. Klappe, die Lлер nicht können. Sie müssen aber nicht mehr in der Lüge setzen, Sie müssen nur noch einmal in der Lüge setzen. Wir auch nicht. Wir ziehen das voll durch. Was kriegt denn da? Wo will er hin? Er kommt nicht aus der Stadt, wenn wir ihm an der Stoßstange kleben. Wo immer er hin will, er hat's echt eilig. Der Flughafen, er will von hinten rein. Er hat ein Flugzeug? Klar hat er ein verdammtes Flugzeug. Da sind noch mehr seiner Leute. Gut, wir müssen alles säubern. Er wird sterben und seine Leute auch. Okay, aber wir drei bleiben am Leben. Sie haben den Flughafen gerade erst wieder hingekriegt. Aber der entwischt noch jetzt. Wir haben eine Seltschaft. Ich seh sie. Verdammt. Sollt ihr okay? Ja, nichts passiert. Komm, gib Gas. Nur etwas Glas in den Haaren. Lässt sich leicht rauskämmen. Geil, ey. Jetzt stirbt der endlich. Motörhülle war der Bastard versteckt! Ich lave nach! Guck mal. Der steht einfach mittendrin. Scheißegal. Ein anderer Typ hat uns bemerkt! Hab einen erwischt! Ich weh! Ein anderer Typ hat uns bemerkt! Sie haben Verstärkung gekriegt! Sie haben Verstärkung gekriegt! Bewegung! Die haben die sind alle gekriegt! Ja! Ah, da oben. Hier ist auch noch einer. Ja, ich habe gar nicht so viel gemacht. Hier ist noch ein bisschen Verpflegung. Hinter dir! Da ist der Neuer! Hinter dir! Da ist der Neuer! 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 Wir schießen auf den Neuer! Nehmt das, ihr Arschlager! Ich probiere das von dir doch! Na toll! Da ist der Neuer! Da ist der Neuer! Da ist der Neuer! Da ist der Neuer! Ich habe keine Kugeln mehr! Muss nachwarten! Sie haben ihn abgeschlachtet! Der ist fertig! Na ja, so viel Zeit muss sein! Da ist der Neuer! Geht's von uns! Wir sind zu langsam! Ich habe da bekommen von Munitionen! Das ist ein Scheißflugzeug. Hör auf und lass mich. Ah, einer ist kaputt. Komm schon. Schön. Der Vogel bleibt bestimmt nicht in der Luft. Das Ding wird nicht landen, sondern abstürzen. Sieh das für dich? Aerodynamisch aus. Komm, gib's doch Gas. Gott sei Dank haben wir dich im Auto, Professor. Morello wird ein Flugzeugabsturz nicht überleben. Wahrscheinlich nicht, aber er ist erst tot, wenn wir ihn tot sehen. Gerade ihr zwei solltet das inzwischen wissen. Ja, da hat er recht. Wohin will er den Vogel bringen? Vielleicht zur Rennstrecke. Dort kann er ihn eher sicher auf den Boden bringen. Landen kann er, aber er wird nicht sicher sein. Egal, wo er landet. Wir sind ihm auf den Fersen. Wie weit darf ich denn von dem Weg sein? Da steht auch nirgendwo... Oh, scheiße. Das ist aber eine Krücke, ey. Geht der runter? Ja. Ja. Geht der. Kommt schon. Wir müssen sicher gehen, dass er tot ist, bevor die Bullen aufkreuzen. Sowas überlebt keiner. Mann, ist das viel Rauch. Gibt bestimmt ein paar. Ich höre, dass wir das geschafft haben. Ja. Irgendwie unwirklich. Passt auf und haltet die Waffen bereit. Wir dürfen nicht nachlässig werden. Wir haben keine Zeit. Alle Bullen der Stadt sind auf dem Weg hierher. Wir steigen aus, sehen nach und verschwinden. Klar, aber sicher. Oh, steigt einfach aus, Mann. Oh mein Gott. Der Bastard ist tot. Er weiß es nur noch nicht. Jetzt ist er tot. Jetzt weiß er es. Ja, Mann. Gut gemacht. Kommt schon. Hauen wir ab. Wir sehen uns im Gegensalz, Marco. Ja, damit haben wir auch Dottekapitel abgeschlossen. Und wir sehen uns im nächsten. Ciao. 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 Ciao.